Wie hat sich Europa in der Krise verändert? Wie ist Europa eigentlich aufgelegt worden? Heute soll es gehen um das neue Europa, diese neuen Gesetze, Regeln und Institutionen, die sich Europa gegeben hat, quasi als Erbe der Krise, denn wie gesagt wird, ist die Krise ja vorbei, wird zumindest von einigen gesagt. Das ist natürlich, kann man so nicht unbedingt sagen, ich würde ganz kurz darauf eingehen, für wen die Krise vorbei ist und für wen nicht. Ich habe da ein paar Grafiken mitgebracht. Was man hier sieht, ist die Arbeitslosenrate, der graue Chart, der helle, der hoch geht, das ist die Arbeitslosenrate in den Südeurostaaten, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Irland, da ist Griechenland noch nicht mal mit dabei. Und der dunkle Chart, das sind die Nordeurostaaten, da ist die Arbeitslosigkeit relativ niedrig und ist in letzter Zeit auch zurückgegangen. Also insofern ist da die Frage schon beantwortet, für wen die Krise hier vorbei ist, für Südeuropa auf jeden Fall nicht. Ähnlich ist es mit der Armut, ich habe hier mal eine Grafik von Eurostat, das ist der Anteil der armutsgefährdeten und sozial ausgegrenzten in Prozent der Bevölkerung. Der blaue Balken ist 2008, der rote Balken ist 2012 und der 2013er Balken wird sicherlich noch höher sein. Haben wir hier für Spanien, Italien, Griechenland, ist auch der Anteil der Armen und sozial Ausgegrenzten ist jeweils gestiegen und hat mittlerweile auch schon kräftige Höhen erreicht. Wenn man sich überlegt, in Italien 30 Prozent der Menschen gelten mittlerweile als arm oder armutsgefährdet. Auch was die Staatsfinanzen angeht, ist die Krise nicht wirklich vorbei. Schauen wir uns das hier an. Hier ist der hellgraue Chart, der hoch geht, sind die Staatsschulden in Prozent der Wirtschaftsleistung für die südeuropäischen Länder und der dunklere Chart, das sind die nordeuropäischen Länder, wo die Staatsschulden auf hohem Niveau zumindest stagnieren. Arbeitslosigkeit, Armut, Staatsschulden, in der Hinsicht ist die Krise nicht vorbei, in einer Hinsicht ist sie allerdings tatsächlich vorbei. In einer Hinsicht ist sie vorbei, in einer Hinsicht kann man davon sprechen, dass die Krise beendet worden ist und da geht es lediglich um eine Sache, nämlich um die Zinsen, die die Staaten, insbesondere die südeuropäischen Staaten, für ihre Schulden zahlen müssen, für Kredite zahlen müssen. Das können wir uns angucken am Beispiel von Spanien. Hier haben wir die Zinsen, die der spanische Staat auf seine zehnjährigen Staatsanleihen zahlen muss seit 2009. Man sieht, das ist in der Krise insbesondere 2012 stark in die Höhe gegangen. 2012 im Sommer war der Höhepunkt der Krise und seitdem sind die Zinsen wieder gesunken, auf ein Niveau wie vor der Krise. Also Spanien kann sich wieder Kredite nehmen zu Zinsen wie vor der Krise. Insofern ist die Krise tatsächlich vorbei, zumindest für Spanien und Italien und für Irland inzwischen auch. Das verweist darauf, was die Euro-Krise eigentlich war. Was war ihr Inhalt? Was war eigentlich die Euro-Krise? War die Euro-Krise, dass die europäischen Staaten so sehr hohe Schulden hatten? Kann man sagen, A haben sie die immer noch, B hatten die USA noch höhere Schulden, wenn man die Eurozone als Gesamtes nimmt. Und Japan hat ja sowieso höhere Schulden als Griechenland. Also die hohen Schulden allein waren es nicht. Bestand die Krise darin, dass das Wirtschaftswachstum so stark zurückgegangen ist? Kann man auch sagen, das ist in anderen Ländern auch stark zurückgegangen. Lag es an den hohen Defiziten? Nein, auch die gab es in anderen Ländern. Und es lag auch nicht daran, dass die europäischen Staaten Milliarden ausgeben mussten, um ihre Banken zu retten, weil das mussten andere Länder auch. Die USA haben in der Summe mehr für ihre Bankenrettung ausgegeben als die Europäer. Tatsächlich spezifisch an der Euro-Krise war der sogenannte Vertrauensverlust der Anleger, der sich hier abbildet durch die steigenden Zinsen. Die Finanzanleger, die Finanzmärkte, nennt man sie auch, haben das Vertrauen in einige Länder der Eurozone verloren, haben diesen Ländern kein Geld mehr geliehen und wenn, dann nur zu exorbitant hohen Zinsen, weil sie der Ansicht waren, die Anleger, dass ihr Geld in diesen Ländern nicht gut angelegt ist. Es gab Zweifel, dass Griechenland, Portugal, Irland und so weiter, irgendwann auch Spanien, Italien, Kredite wirklich zurückzahlen könnten. Und deswegen wurde ihnen nicht mehr geliehen. Sprich, aus Sicht der Finanzanleger waren die südeuropäischen Staaten insbesondere keine Renditequelle mehr, keine gute Geldanlage. Daraus bestand die Euro-Krise und daraus ergibt sich auch wie von selbst das Ziel, das Europa sich gesetzt hat, um diese Krise zu beenden. Europa möchte nämlich wieder kreditwürdig werden. Europa möchte in den Augen der Finanzanleger wieder eine gute Geldanlage sein. Kurz, Europa möchte wieder eine Renditequelle für das Finanzkapital werden. Damit werden die Maßstäbe der Geldanleger zur Richtschnur für die Politik. Für die Politik, die in den vergangenen Monaten und Jahren viele neue Gesetze gemacht hat und viele neue Institutsrungenschaften hat, um die es heute gehen soll. Adressat dieser ganzen Neuerungen sind tatsächlich die Finanzmärkte. Das wird auch gesagt, zum Beispiel von Jörg Asmussen, ehemals Direktor der EZB, heute im Bundesarbeitsministerium angestellt als Staatssekretär. Der hat mal Folgendes gesagt. Die Finanzmärkte müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die Mitgliedstaaten der Union sich die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen als oberstes Ziel gesetzt haben. Dies wird neues Vertrauen schaffen. Adressat der Neuerungen sind die Finanzmärkte. Dort soll neues Vertrauen in Europa entstehen. Adressat sind nicht die Bevölkerung, Adressat sind nicht die Rentner und nicht die schwäbischen Hausfrauen in Deutschland und nicht die arbeitslosen Studenten oder unsere Enkel, sondern die Finanzmärkte. Den Bevölkerungen ist eher aufgetragen, dafür zu sorgen, dass die Finanzmärkte wieder Vertrauen in Europa setzen. Das wird durch einige neue Regeln und Institutionen in Europa, das soll dadurch abgesichert werden. Europa hat sich einen umfassenden Kontroll- und Strafapparat zugelegt, mit dem es die Länder zur Solidität quasi zwingen will, mit dem sie finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg den Ländern quasi vorschreiben will. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Regeln, sondern es handelt sich, wie immer gesagt wird, um The World's Toughest Rulebook, um das strengste Regelwerk der Welt. Schauen wir uns ganz kurz an, das Gesamtkonzept, was Europa stabil machen soll. Das sieht so aus, da muss ich das jetzt nicht alles durchlesen, nur so als Überblick. Wir haben links oben die stabilen Haushalte, das ist die finanzpolitische Überwachung. Rechts daneben haben wir die wirtschaftspolitische Überwachung, also die Kontrolle der Wirtschaftspolitik. Um diese beiden Punkte soll es heute gehen. Daneben gibt es noch eine neue Finanzmarktregulierung, das ist ganz rechts. Und unten der große Kasten, das sind die sogenannten Stabilitätsmechanismen. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen die drei Euro Rettungsschirme, die dafür da sind, Staaten, die in Finanznot geraten, mit Geld zu versorgen, mit Kredite zu versorgen. Im Zentrum der ganzen Angelegenheit stehen diese beiden Punkte, nämlich zum einen die Überwachung der Staatsfinanzen und die Überwachung der Wirtschaftspolitik. Um die soll es heute gehen. Man sieht gleich, es sind nicht einfach zwei beliebige Felder staatlicher Politik wie Asylpolitik, Verbraucherschutz, Umweltpolitik oder so, sondern hier geht es um zwei Kernaufgaben des Staates, nämlich zum einen bei der Finanzpolitik darum, wem nimmt der Staat Geld weg oder die Regierung Geld weg und wem gibt sie Geld. Sprich, in der Finanzpolitik wird nicht weniger entschieden, als welche gesellschaftlichen Interessen werden mit finanziellen Mitteln bedacht, welche gesellschaftlichen Interessen werden quasi Realität, weil sie Geld bekommen und welche bekommen eben keins oder weniger. Das ist die Finanzpolitik und daneben die Überwachung der Wirtschaft. Dazu sage ich noch mal etwas später. Also es geht um diese beiden Punkten und letztlich darum, um neue Regeln, wie die Regierungen in Europa ihre Bevölkerungen bewirtschaften sollen. Nehmen wir den ersten Teil. Die Kontrolle der Staatsfinanzen, also die neue haushaltspolitische Überwachung. Worum geht es hier? Die besteht im Wesentlichen aus drei Punkten, dem Fiskalpakt, dem Stabilitätspakt und dem europäischen Semester. Zu allen dreien werde ich was sagen. Es fällt sofort auf. Den Stabilitätspakt, den gab es ja schon vorher. Den gibt es ja schon seit es den Euro gibt und länger. Der war schon damals insbesondere von der Bundesregierung eingeführt und hat so etwas institutionalisiert wie ein permanentes Misstrauen der Euro-Staaten ineinander, nämlich das Misstrauen, dass die verschiedenen Euro-Staaten oder einzelne Euro-Staaten ihre neue Freiheit zur Verschuldung, die sie durch den Euro hatten, zu stark nutzen würden. Mit dem Stabilitätspakt sollte die Verschuldung begrenzt werden. Und zwar wie? Schauen wir uns den alten Stabilitätspakt mal an. Zwei Dinge standen da im Zentrum. Zum einen durfte ein Staat nur eine Neuverschuldung von maximal drei Prozent seiner Wirtschaftsleistung machen und er durfte nur Gesamtschulden von maximal 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung haben. Wenn ein Staat dagegen verstieß, dann gab es ein Verfahren gegen diesen Staat und am Ende konnte der Ministerrat mit Mehrheit beschließen, dass diesem Staat Sanktionen auferlegt werden. Das war der alte Stabilitätspakt. Der sollte die Solidität der Staatsfinanzen herstellen. Hat er nicht. Warum nicht? Heute wird gesagt, er habe keine Zähne gehabt. Letztlich war es so, dass dieses 60-Prozent-Kriterium, also dass ein Staat nur 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung an Gesamtschulden, aufgelaufenen Schulden, haben darf. Dieses Kriterium wurde nie beachtet. Das galt einfach nicht. Italien hat seit Jahr und Tag 100 Prozent seiner Wirtschaftsleistung an Schulden. Das hat nie irgendetwas zur Folge gehabt. Das Neuverschuldungskriterium, dass ein Staat nur neue Schulden jedes Jahr in Höhe von maximal drei Prozent seiner Wirtschaftsleistung aufnehmen darf, dieses Kriterium wurde beachtet. Verstöße dagegen, denen folgte sogar ein Verfahren wegen übermäßigen Defiziten. Allerdings ist es nie zu Strafen gekommen. Aus verschiedenen Gründen. Die lassen wir jetzt mal weg. Gut. Dieser Stabilitätspakt, und das ist der Kern der ganzen Geschichte, der wird nun verschärft. Die Euro-Staaten, die EU-Staaten stellen sich auf den Standpunkt, alles, was Europa braucht für Solidität, ist mehr Disziplin, ist sprich mehr Zwang. Und den organisieren wir uns über ein paar neue Vorschriften. Als erstes gehört dazu der neue Stabilitätspakt, der verschärft worden ist. So sieht der aus. Gehen wir das mal durch. Bei der Neuverschuldung bleibt ein Defizit in Höhe von drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Das bleibt prinzipiell erlaubt. Aber jetzt gibt es eine neue Regel, dass mittelfristig ein Staatshaushalt strukturell ausgeglichen sein muss. Sprich, mittelfristig soll ein Staat gar keine neuen Schulden machen, sondern mit dem auskommen, was er einnimmt. Zudem muss jeder Staat eine mittelfristige Haushaltsplanung der EU vorlegen und die muss auch genehmigt werden. Und in dieser Planung darf ein Staat sowieso nur eine Neuverschuldung von einem Prozent seiner Wirtschaftsleistung einplanen, um als Sicherheitsmarge, dass, falls irgendwas schief geht, dass ein Staat dann trotzdem unter den drei Prozent bleibt. Das ist das zu einer Neuverschuldung. Neu ist auch Neuregeln zu den Gesamtschulden. Die Gesamtschulden müssen jetzt auf maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung vermindert werden. Das ist heftig. Das ist heftig, wenn man sich überlegt, dass Italien eine Staatsverschuldung von 130 Prozent seiner Wirtschaftsleistung zum Beispiel hat. Italien muss jetzt in festgelegten Schritten auf 60 Prozent runter. Das bedeutet, dass Italien in den nächsten 10 bis 20 Jahren seinen Haushalt konsolidieren muss, wie man immer sagt, um einen Betrag, der 70 Prozent seiner Wirtschaftsleistung ausmacht. Das ist schon ein starkes Sparprogramm. Da hat sich Europa viel vorgenommen. Es gibt auch Neuerungen, verschärft werden auch die Verfahren, die Strafverfahren wegen übermäßigen Defiziten und Schulden. Künftig können Verstöße gegen das 3 Prozent und gegen das 60 Prozent Kriterium geahndet werden. Also die führen zu Verfahren wegen übermäßigen Schulden. Vorher gab es nur Verfahren wegen der Verstöße gegen das 3 Prozent Kriterium, gegen die Neuverschuldung. Nun auch Verstöße gegen das 60 Prozent Kriterium und entscheidende Neuerungen bei den Strafen. Wenn ein Staat zu hohe Defizite oder zu hohe Gesamtschulden hat und er durchläuft ein Defizitverfahren und er senkt seine Schulden nicht, wie vorgeschrieben, dann treten künftig Sanktionen automatisch ein. Der EU-Ministerrat kann diese Sanktionen mit einer Mehrheit nur ablehnen. Im alten Stabilitätspakt war es so, da musste der EU-Ministerrat die Sanktionen beschließen. Deswegen gab es auch nie welche. Künftig ist es so, dass die Sanktionen automatisch in Kraft treten und der Ministerrat sie nur ablehnen kann. Mit einer qualifizierten Mehrheit. Und diese qualifizierte Mehrheit ist günstigerweise auch so gestaltet, dass Deutschland und die Bundesregierung mit ihren üblichen Verbündeten, Niederlande, Slowakei, Finnland, Österreich, jederzeit dort ein Veto hat im Ministerrat. Gut, dann kommt noch das wirtschaftspolitische Überwachungsverfahren. Dazu sage ich später nochmal was. Gut, das ist der verschärfte Stabilitätspakt. Ein dauerhaftes Sparprogramm, mit dem die EU-Staaten ihre Schuldenstände tatsächlich senken wollen. Und das haben sie sich als Ziel, als Auflage gegeben. Das war zwei Spielern in dieser ganzen Euro-Krisengeschichte immer noch nicht streng genug. Nämlich der Bundesregierung und der Europäischen Zentralbank. Um beide soll es in den nächsten Veranstaltungen ja auch gehen. Denen war das nicht streng genug. Und deswegen haben sie noch einen weiteren Pakt aufgelegt, der den Stabilitätspakt noch weiter verschärft. Den sogenannten Fiskalpakt. Ganz kurz, was sagt der? Ja, da gibt es jetzt die berühmte Schuldenbremse, die aussagt, dass das Haushaltsdefizit eines Landes nicht, wie der Stabilitätspakt sagt, 1% zumindest sein kann, sondern noch 0,5% der Wirtschaftsleistung. Wenn die Gesamtschulden eines Staates über 60% der Wirtschaftsleistung betragen, aber das zählt nicht so richtig, weil das ist bei fast allen so. Also es gibt kaum ein Land, das geringere Schulden hat. Der Hammer ist jetzt, dass diese Schuldenbremse in die Verfassung muss. Jeder Staat muss sich die in die Verfassung, ins Grundgesetz oder in ein gleichwertiges Recht reinschreiben. Das verfolgt schlicht das Ziel, dass auch künftige Regierungen um diesen Fiskalpakt nicht herumkommen, weil eine Verfassung ändert sich nicht so leicht. Indem man den Fiskalpakt in die Verfassung reinschreibt, will man quasi ein Versprechen, Adressat sind höchstwahrscheinlich die Finanzmärkte wieder, will man ein Versprechen abgeben, dass dieses Sparprogramm wirklich auf Dauer durchgezogen wird und dass auch der politische Streit und die politische Willensbildung daran nichts mehr ändern kann. Es steht jetzt in der Verfassung, es ist festgeschrieben und ich denke, das bietet auch vielleicht künftigen Regierungen eine Form der Legitimationsgrundlage. Man könnte sich vorstellen, dass künftig eine Regierung, was weiß ich, was sie machen, sie schließen ein Schwimmbad oder sie schließen eine Kita und dann gibt es Protest dagegen und dann kann die Regierung immer sagen, damit folge ich aber nur unserer Verfassung und gegen die kann ja niemand was haben. Genau, dann gibt es noch Einzelheiten, neue Schulden muss die EU, also wenn ein Staat neue Schulden aufnehmen muss, muss die EU das im Vorfeld genehmigen. Bei Verstoß gegen die Regeln muss ein Land ein Wirtschaftspartnerschaftsprogramm auflegen zum Abbau der Schulden. Die EU-Kommission muss das genehmigen. Und noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel das Schummelei bei Statistiken künftig hart bestraft werden, das geht in die Adresse von Griechenland. Dieser ganze Fiskalpakt war nun einigen Ländern nun wirklich zu streng, wie zum Beispiel Großbritannien, die machen da nicht mit. Auch anderen Ländern war er zu streng. Es war zu viel Souveränität abgegeben, zu viel politischen Entscheidungsspielraum abgegeben. Einige hatten da sehr viel gegen, aber die Bundesregierung und die Europäische Zentralbank haben diesen Fiskalpakt quasi unwidersprechlich gemacht, weil es ist jetzt so organisiert, dass nur wer dem Fiskalpakt beitritt, kann künftig auf Hilfen durch den Euro-Rettungsschirm hoffen. Wer dem Fiskalpakt nicht beitritt und diese Regel, die Schuldenbremsen, nicht in seine Verfassung schreibt, der steht in der nächsten Krise alleine da. Das hat den Fiskalpakt dann reizvoll gemacht und die meisten EU-Staaten sind ihm auch beigetreten. So, das ist im Wesentlichen die neue, verschärfte haushaltspolitische Überwachung. Schauen wir uns kurz an, wie funktioniert so ein Überwachungsverfahren eigentlich, damit man auch mal sieht, A, wie das abgeht und B, wer da eigentlich entscheidet. Wer sind eigentlich die Institutionen, die da kontrollieren und entscheiden? Und man wird es sehen, es ist im Wesentlichen die EU-Kommission. Hier ist das, wenn man es nicht lesen kann, lese ich es vor. Hier haben wir zum Beispiel den präventiven Arm des Stabilitätspakts. Es gibt auch einen korrektiven, das läuft ähnlich ab. Und hier sieht man mal in einem Szenario, wie das dann ablaufen könnte. Also in dem Szenario hier hat ein Mitgliedstaat, der hält zwar seine Defizitgrenze von drei Prozent Neuverschuldung ein, er weicht aber vom Mittelfristziel eines ausgeglichenen Haushalts erheblich ab. Das ist mal angenommen. Dann veröffentlicht die EU-Kommission eine Frühwarnung und gibt dem Land Empfehlungen, wie es seine Schulden senken kann. Und der EU-Rat schreibt dem Mitgliedstaat dann konkrete Maßnahmen vor, die der Staat umsetzen muss. Und er setzt diesem Staat auch eine Frist. Die EU-Kommission überprüft dann die Umsetzung der Maßnahmen. Wenn die EU-Kommission zu dem Schluss kommt, der Staat hat diese Maßnahmen nicht ausreichend umgesetzt, dann stellt sie die Nicht-Umsetzung fest. Und daraus folgen dann die Sanktionen. Die EU-Kommission gibt eine bestimmte Empfehlung, eine Sanktionsempfehlung. In diesem Fall hier muss der Staat 0,2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung an die EU zahlen. Und diese Sanktionsempfehlung tritt dann automatisch in Kraft, wenn der EU-Rat nicht dagegen stimmt. So sieht das künftig aus. Und man sieht, dass die EU-Kommission da der wesentliche Spieler in der ganzen Argenlegenheit ist. Dieses Verfahren mit diesen Gesetzen schreibt sich Europa künftig die Solidität seiner Staatsfinanzen vor. Dabei gibt es natürlich ein Problem. Ein Problem, wenn man sich die solide Staatsfinanzen quasi auf Anweisungen erlässt, wenn man sich quasi Gesetze aufschreibt, mit denen stabile Staatsfinanzen quasi garantiert werden sollen. Das Problem, was darin steckt, liegt in der Sache, die da kontrolliert werden soll, nämlich in den Schulden oder in den Defiziten. Die sind ja immer formuliert als Verhältnisse. Neuverschulden darf nur 3% der Wirtschaftsleistung sein. Gesamtschulden dürfen nur 60% der Wirtschaftsleistung sein. Das sind immer Verhältnisse. Schaut man sich das Verhältnis an, dann sieht man das Problem sofort. Dieses Defizit, zum Beispiel für das Defizit, ein Defizit hat zwei Variablen, nämlich zum einen die Neuverschuldung, sagen wir 30 Euro, und die Wirtschaftsleistung, sagen wir 1000 Euro, macht ein Haushaltsdefizit von 3%. Das Problem an der Sache ist, dass der Staat die Wirtschaftsleistung ja gar nicht in der Hand hat. Denn die hängt vom Wirtschaftswachstum ab und das Wirtschaftswachstum ist von vielen Dingen abhängig, von der Konjunktur, von den Finanzmärkten, im Allgemeinen von der internationalen Konkurrenz und wie der Staat in dieser Konkurrenz abschneidet. Die Wirtschaftsleistung hat ein Staat nicht in der Hand und er kann sich zwar am Jahresanfang sagen, ich mache nur 30 Euro Neuverschuldung, wenn die Wirtschaft dann aber nicht so läuft und die Wirtschaftsleistung nicht auf 1000 Euro wächst, dann hat er ein zu hohes Defizit. Ob Staatsfinanzen also solide sind oder nicht, ob diese numerischen Defizit- und Schuldengrenzen, die sich Europa jetzt in seine Verfassungen reinschreibt, ob die erreicht werden können, hängt also gar nicht allein am Willen der Finanzpolitiker, sondern hängt im Wesentlichen am Wirtschaftswachstum und den Konjunkturen, die ein Staat ja nicht steuern kann. Aber davon lassen sich die EU-Politiker nicht beirren. Sie reagieren darauf, indem sie sich vornehmen, dann kontrollieren wir jetzt eben das Wirtschaftswachstum auch. Das ist der zweite Teil der ganzen Angelegenheit, die Kontrolle der Wirtschaftspolitik. Es gibt eine neue wirtschaftspolitische Steuerung und die sieht ähnlich aus wie die finanzpolitische Steuerung. Hier haben wir die Komponenten, die Strategie Europa 2020 mit der Europa zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt werden soll und den Euro-Plus-Pakt. Um die beiden Sachen geht es heute nicht, weil der wesentliche Punkt ist der dritte, das wirtschaftspolitische Überwachungsverfahren. Das wirtschaftspolitische Überwachungsverfahren heißt im Volltext Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte. Was ist ein Ungleichgewicht? Was nennen Ökonomen ein Ungleichgewicht? Zum Beispiel sowas. Das haben wir schon gesehen. Das nennen Ökonomen ein Ungleichgewicht. Hier haben wir nochmal die Arbeitslosenrate, der hellgraue Chart, das ist Südeuropa, die Südeurozone und der dunkle Chart, das sind die Nordeuroländer. Das ist ein Ungleichgewicht. Auch das ist ein Ungleichgewicht. Wir haben hier die Industriekapazität, die ist indiziert, 1998 zu Beginn des Euro auf 100 gesetzt und wir haben wieder den dunklen Chart, die nördlichen Euro-Länder, die eine wachsende Industriekapazität, also eine wachsende Produktionskapazität ihrer Industrie bilanzieren und die südlichen Länder, bei denen es eher abwärts geht. Wir haben ein zentrales Ungleichgewicht, ein weiteres, das bezieht sich auf den Außenhandel. Hier haben wir die Handelsbilanzsalden in Milliarden Euro. Oben die Nordeuroländer, die permanente Handelsbilanzüberschüsse bilanzieren, heißt sie exportieren mehr, als sie importieren, bedeutet sie verdienen netto am Außenhandel und unten haben wir die Südeuro-Länder, die permanente Defizite akkumulieren, also bloß Schulden. Das alles sind Ungleichgewichte und es fällt sofort auf, was ein Ökonom oder die Politiker Ungleichgewicht nennen, ist eigentlich nichts weiter als ein normales Ergebnis der Konkurrenz, nämlich die einen bilanzieren Exportüberschüsse, die nehmen Geld ein, die akkumulieren Geld, Forderungen an die anderen und die anderen akkumulieren Schulden und Defizite. Sprich, auf dem Weltmarkt gibt es Gewinner und Verlierer. Und die Gewinner verdienen an den Verlierern. Diese Sache ist eigentlich ein relativ normales Ergebnis der Konkurrenz, aber nach dem Willen der EU-Politiker soll das künftig nicht mehr sein. Sie haben sich deswegen ein Verfahren ausgedacht, ein Verfahren zur Überwachung der Wirtschaftspolitik, was es in der Sache selbst ist, ist ein Verfahren zur Überwachung des ökonomischen Erfolgs eines Landes. Da haben sie sich verschiedene Indikatoren rausgesucht. Es gibt ein sogenanntes Scoreboard von verschiedenen Indikatoren, die schaut sich die EU immerzu an, anhand derer werden Länder permanent geprüft, ihr wirtschaftlicher Erfolg geprüft. Es gibt Richtlinien, Grenzwerte, über die Staaten nicht drüber kommen oder nicht drunter fallen dürfen. Ansonsten kommen sie in ein Verfahren wegen übermäßiger Ungleichgewichte. Ich habe ein paar, hier ist die Wirtschaftspolitik, hier sind ein paar Sachen, die überwacht werden mittels des sogenannten Scoreboard. Da geht es um den Leistungsbilanzsaldo, also sprich, wie erfolgreich ist ein Land in Import-Export. Das zweite genauso, der Rückgang, ein Rückgang der Exportmarktanteile wird auch als problematisch gesehen. Steigende Lohnstückkosten werden als problematisch gesehen. Beobachtet wird die staatliche Verschuldung wie auch die Verschuldung des Privatsektors, die Arbeitslosenquote, die Entwicklung der Immobilienpreise. Also es gibt eine ganze Latte von Indikatoren, die künftig, anhand derer künftig die EU, jedes Land überprüft, ob es denn wirtschaftlich ausreichend erfolgreich ist. Zitat Bundesfinanzministerium. Das Augenmerk des Verfahrens, dieses ganzen Prüfverfahrens, Ah nein, ganz kurz noch dazu. Es gibt bei diesen ganzen Indikatoren gibt es dann ein Verfahren wegen makroökonomischen Ungleichgewichten und da gibt es auch wieder Kontrollen und dann werden dem Land wieder Empfehlungen gemacht, was es ändern soll und am Ende stehen dann auch Sanktionen, wenn ein Land sich nicht daran hält. Es gibt eigentlich zwei Formen von Sanktionen. Das wird auch offen gesagt. Es gibt die expliziten Sanktionen, dann durchläuft so ein Land so ein Verfahren und muss, wenn es sich nicht an die Empfehlungen der EU hält, dann tatsächlich Strafen zahlen. Es gibt implizite Sanktionen und das wird auch gesagt und das ausführende Organ dieser impliziten Sanktionen sind die Finanzmärkte. Es wird gesagt, wir unterziehen jedes Land Europas einer Prüfung ob seines ökonomischen Erfolgs. Wir stellen fest, wenn ein Land nicht ausreichend ökonomisch erfolgreich ist und darauf werden die Finanzmärkte ja sicherlich reagieren, indem sie von dem Land höhere Zinsen für seine Kredite verlangen. Dieses Überwachungsverfahren der EU rechnet explizit mit der sogenannten disziplinierenden Wirkung der Finanzmärkte. Die EU sagt quasi, wir zeigen Länder auf, die ökonomisch nicht erfolgreich sind und setzen darauf, dass die Finanzmärkte diese Länder dann bestrafen und höchstwahrscheinlich härter bestrafen, als es in unseren Gesetzen selbst steht, als wir an Sanktionen überhaupt erlassen können. Gut, auf diese Weise sollen die Länder zu ökonomischem Erfolg quasi gezwungen werden. Zitat Finanzministerium, das Augenmerk des Verfahrens liegt auf Mitgliedstaaten mit ungelösten strukturellen Problemen und Schwächen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Es geht also um Wettbewerbsfähigkeit, die heilige Kuh. Europa soll wettbewerbsfähiger werden. Was ist Wettbewerbsfähigkeit? Ich habe einen schönen Satz gefunden, der erklärt es relativ simpel, der steht im letzten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Unternehmen müssen in der Lage sein, auf Weltmärkten ihre Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können. So simpel ist es, so simpel sieht es das Bundesfinanzministerium und so simpel ist es letztlich auch. Das Finanzministerium empfiehlt oder nennt verschiedene Maßnahmen, die Staaten ergriffen haben und die sie künftig auch ergreifen sollen. Das macht nicht nur das Bundesfinanzministerium, das macht auch die EU und die OECD und so weiter. Werfen wir einen kurzen Blick auf die üblichen Empfehlungen, die gegeben werden, damit ein Land wettbewerbsfähig wird. Da geht es vor allen Dingen mal um eine Senkung der Lohnstückkosten, also geringe Lohnsteigerungen, empfiehlt das Bundesfinanzministerium. Es geht um eine Flexibilität der Lohnfindung, also um eine Schwächung der Gewerkschaften. Es geht um die Kooperation von Tarifparteien, also dass die Gewerkschaften schön brav sind. Es geht um Dinge wie die Abschwächung des Kündigungsschutzes und so weiter. All das soll die Lohnkosten für die Unternehmen senken, um mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Daneben gibt es sozialpolitische Maßnahmen wie höheres Rentenalter, weniger Gesundheitsausgaben oder allgemein mehr Druck auf Arbeitslose auszuüben. Das nennt das Finanzministerium die aktive Stellensuche unterstützen. Daneben probate Mittel sind die Erhöhung der Konsumsteuer und die Senkung der Unternehmenssteuer. Alles, was konsumiert wird, kann besteuert werden, kann teurer werden. Alles, was investiert wird, das soll von der Steuer entlastet werden. Daneben dringt die EU auf mehr Konkurrenz allgemein über eine Liberalisierung der Produktmärkte, sprich die Konkurrenz unter den Unternehmen soll verschärft werden durch den Abbau staatlicher Regeln. Es soll überhaupt Bürokratie abgebaut werden, übermäßige Regulierung soll abgebaut werden, um den Unternehmen das Geld verdienen nicht so schwierig zu machen und insbesondere sehr viel Wert wird immer gelegt auf den Schutz von Investorenrechten. Das Ziel dieser Maßnahmen und vieler weiterer ist ein wettbewerbsfähiger Staat oder wie die Ökonomen das nennen und das Bundesfinanzministerium, die institutionelle Wettbewerbsfähigkeit. Also, dass sämtliche Regeln, Vorschriften und sonst was in einem Land dem Ziel dienen, international wettbewerbsfähig zu sein. Diese Wettbewerbsfähigkeit ist organisiert von Europa als ein permanenter Vergleich. Klar, Wettbewerbsfähigkeit ist ein Vergleich mit anderen. Ist organisiert als ein permanenter, jetzt auch quasi rechtlich abgesicherter Vergleich nach innen. Sprich, die europäischen Länder müssen sich nach innen vergleichen am Durchschnitt der EU und gleichzeitig an wichtigen internationalen Konkurrenten. Das Bundesfinanzministerium drückt das aus. Am Beispiel von der sogenannten Arbeitsmarkteffizienz, da geht es darum, wie viele Schutzrechte haben Arbeitnehmer eigentlich. Upsa, war es das? Nein, habe ich gar nicht. Da wird auf jeden Fall gesagt, dass sich die europäischen Staaten, dass sich die europäischen Staaten sowohl an der EU, am EU-Durchschnitt messen müssen, wie auch an wichtigen internationalen Konkurrenten. Dabei werden laut Bundesfinanzministerium messbare Fortschritte erzielt, wie zum Beispiel beim Abbau des Arbeitsschutzes. Ich habe hier diesen einen Chart mal mitgebracht. Wir sehen hier den Indikator für Arbeitsmarktregulierung, was letztlich nur heißt, mit wie vielen Schutzrechten sind Arbeitnehmer ausgerüstet. Und hier sehen wir den messbaren Fortschritt, nämlich einen laut Finanzministerium angenehmen Rückgang der Arbeitnehmerrechte in Richtung dem orangenen Chart, ganz unten nämlich in Richtung von Irland, wo die Arbeitnehmer die geringsten Schutzrechte genießen. Gut, das war es eigentlich. Das ist die finanzpolitische Überwachung und die wirtschaftspolitische Überwachung. Man sieht bei der wirtschaftspolitischen Überwachung, dass es hier nicht um den engen Bereich geht, der im Wirtschaftsministerium entschieden wird, sondern es geht um alles, was in einem Land irgendwie das Wirtschaftswachstum berührt. Und die Überwachung, dieser große Kontroll- und Straf- und Prüfapparat wird zusammengefasst, der finanzpolitische und der wirtschaftspolitische wird zusammengefasst, findet seine Zusammenfassung in einem Gesamtprozess. Dieser Prozess heißt das europäische Semester. Semester, weil er ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr läuft. Und das findet jetzt jedes Jahr statt. Das schauen wir uns jetzt noch an, wie das, was da passiert. Das europäische Semester beginnt im Januar. Da legt die Europäische Kommission einen Jahreswachstumsbericht vor und nennt bereits die wesentlichen finanz- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen für die EU. Dieser Jahreswachstumsbericht wird vom Ministerrat und vom Europäischen Parlament im Februar dann debattiert. Und der Europäische Rat legt dann auf seinem Frühjahrsgipfel die Leitlinien für die europäische Politik fest. Auf Basis dieser Leitlinien müssen die einzelnen Mitgliedstaaten dann nationale Reformprogramme und Stabilitäts- und Konvergenzprogramme verabschieden. Wenn nicht verabschieden, müssen sie entwerfen. Das passiert dann im April. Im Mai erarbeitet dann die EU-Kommission wiederum auf Basis dieser ganzen nationalen Reformprogramme länderspezifische Empfehlungen. Die werden dann im Juni vom Ministerrat verabschiedet und vom Europäischen Rat ebenfalls im Juni gebilligt. Und damit ist im Juni das europäische Semester vorbei und für jeden europäischen Staat liegen damit länderspezifische Empfehlungen, Maßnahmen vor, die er umzusetzen hat, Vorschriften, die er zu befolgen hat. Andernfalls drohen Verfahren entweder wegen übermäßiger Haushaltsdefizite, übermäßiger Schulden oder wegen der berühmten übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewichte. Das ist der gesamte Überwachungsprozess als Gesamtes, das europäische Semester, mit dem Europa quasi auf Anweisung per Gesetz, per Vorschrift sicherstellen will, dass die europäischen Staaten ökonomisch erfolgreich sind und dass sie stabile Staatsfinanzen aufweisen. Wie sieht es also aus, das neue Europa? Das neue Europa sieht so aus. Es findet eine Art Radikalisierung des Renditeprinzips unter dem Titel Stabilität statt. Das Renditeprinzip war den Staaten vorher auch nicht fremd, aber jetzt wird es radikalisiert. Radikalisiert besonders in Hinsicht auf, dass es jetzt feste Regeln, Aufsicht und Strafen gibt, die ökonomischen Misserfolg unter Strafe stellen, die es quasi per Anweisung herstellen wollen. Und das alles ist, wie gesagt, gesetzlich festgeschrieben und strafbewehrt, wenn ein Staat dagegen verstößt. Es gibt so etwas, das wird Entpolitisierung der Politik genannt. Dahinter verbirgt sich eine deutliche Verengung des Entscheidungsspielraums für Regierungen oder für Parlamente, weil es gibt jetzt feste Regeln. Ein Land kann jetzt nicht mehr sagen, naja, genehmigen wir uns mal ein bisschen mehr Schulden oder legen mal ein Konjunkturprogramm oder irgendwas auf, sondern es gibt jetzt die Entscheidungsspielräume, die Politikspielräume sind deutlich eingeengt worden durch diese Regeln, an die sich jedes Land halten muss. Dieses Programm ist eine globale Offensive, nämlich eine globale Offensive, die heißt Wettbewerbsfähigkeit und die sich explizit richtet an den außereuropäischen Raum, gegenüber dem man wettbewerbsfähiger werden will. Bemerkenswert ist bei dem makroökonomischen Überwachungsverfahren zum Beispiel, dass ein Rückgang der Exportmarktanteile nicht gewollt wird. Jetzt muss man sich klar machen, dass alle Industrieländer seit Jahrzehnten Exportmarktanteile verlieren, einfach wegen des Aufstiegs der Schwellenländer. China, Indien, Brasilien und so weiter machen mittlerweile die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung aus. Spiegelbild dessen ist, dass natürlich die Industrieländer an Exportmarktanteilen einbüßen. Dieser Prozess soll jetzt aber möglichst gestoppt und möglichst umgedreht werden. Das ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit als Dauerprogramm, als Offensivprogramm. Und als letztes hier so etwas wie eine Statuszuweisung. Was ich damit meine ist, dass jedem Land jetzt auch eine Art Status zugewiesen wird. Es wird über die Überwachung seiner Wirtschafts- und Finanzpolitik jedem Land quasi gesagt, sei nicht so anspruchsvoll. Begnüge dich mit dem, was du hast. Mach das, wo bei dir, setze nur auf die Dinge, mit denen du Geld verdienst und mach keine großartigen industriellen Entwicklungsprogramme und so weiter. Ich habe noch ein interessantes Zitat gefunden im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums. Der geht so, aus dem globalen Vergleich ergibt sich, dass die Krisenländer des Euroraums nicht zwangsläufig ein bestimmtes Wirtschaftsmodell kopieren sollten, nämlich das Deutsche mit Industrie und so weiter. Die betroffenen Länder verfügen über spezifische, nicht voll ausgeschöpfte Potenziale. Es könnte sinnvoll sein, diese komparativen Vorteile, zum Beispiel im Bereich Dienstleistungen, neu zu entdecken, anstatt ein stark industriell orientiertes Modell zu kopieren, wie das Deutsche. Dabei kann zum Beispiel der Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Was damit gesagt wird, ist Griechenland, Portugal, vergesst das mit der Industrialisierung, er kommt gegen uns sowieso nicht an, setzt doch mal mehr auf den Tourismus, setzt auf das, womit ihr Geld verdient und das ist die Günstigkeit der Naturbedingungen, Sonne, Strand und Meer. Das Zitat gerade eben war auch vom Bundesfinanzministerium, aus dem Monatsbericht. Gut, in der ganzen Sache stecken natürlich zwei kleine, wenn man es freundlich sagt, Idealismen. Der eine Idealismus ist, dass der wirtschaftliche Erfolg quasi per Vorschrift erlassen werden kann und also das finanzpolitische zum Beispiel, dass Staatsausgaben und Staatsschulden quasi automatisch, wenn man die Regeln nur festschreibt und sich 0,5% Defizit in die Verfassung reinschreibt, dass das schon bedeutet, automatisch führen Staatsausgaben zu mehr Wirtschaftswachstum. Der zweite Idealismus steckt darin, dass alle Konkurrenten gleich erfolgreich sein sollen, was ja komisch ist, weil was heißt Konkurrenz? Konkurrenz heißt, alle kämpfen um das Gleiche und dabei sollen alle Staaten erfolgreich sein. Gut, alle sind Erster. Das sind die Widersprüche oder die Gegensätze der Sache. Von solchen Widersprüchen lassen sich Politiker natürlich nicht abhalten. Das sind ja Praktiker der Sache. Es wird an diesem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit und der soliden Finanzen festgehalten. Alles misst sich am Maßstab der Solidität und letztlich der Wettbewerbsfähigkeit oder man kann auch sagen, alles misst sich am Maßstab der gesamtgesellschaftlichen Rendite. Und von daher ist es auch ganz adäquat, dass die Kontrollinstanz für diese ganze Geschichte letztlich die Finanzmärkte sind, denn das sind die Profis in der Beurteilung, ob ein Land eine Renditequelle ist oder nicht, ob ein Land eine Geldanlage ist oder nicht. Das ist die Härte an der Sache. Gesetze, das sind alles neue Gesetze und Vorschriften. Gesetze sind immer juristischer Ausdruck der Machtverhältnisse, der Machtverhältnisse in Europa, in diesem Falle sowieso. Diese Gesetze sind wesentlich von der Bundesregierung vorangebracht worden. Deutschland setzt damit Europa, Deutschland als Weltmarktgewinner, setzt damit Europa den anderen Ländern die Maßstäbe für das erfolgreiche Konkurrieren vor und sichert sich gleichzeitig durch diese ganzen Kontroll- und Prüfprozesse und durch dieses ganze Empfehlungswesen sichert sich gleichzeitig ein permanentes Mitspracherecht in die Finanz- und Wirtschaftspolitik der anderen Staaten. Was für ein Ziel Deutschland dabei verfolgt, was für eine Strategie, was es da überhaupt will und ob man überhaupt von einer einheitlichen Strategie Deutschlands sprechen kann, darum soll es das nächste Mal gehen. Danke. Applaus 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 Applaus